willkommen hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play horizon zero dawn wir sind wieder zurück von der kleinen pause für euch ist es ein bisschen länger her ja wir sollen jetzt auf den höchsten turm und irgendwas machen wahrscheinlich die gegen das schicken und so ich bin mal gespannt ob ich schnell wieder reinkommt die letzte folge war ja ein bisschen ein bild aber ich hoffe es war lustig geiles wetter wirkt ihr so wetter ich liebe so jetzt ein herbst ist tatsächlich einer meiner lieblingsmonaten von der vierten ja weiß nicht also wenn die blätter runter fallen und weil man dann spazieren geht und dann auf den ganzen blättern rumkraxelt ist einfach so dann schauen wir mal persönliches protokoll benutzer acht milliarden 325 ich weiß nicht genau was ich davon erwartet hatte teile teil eines hacker kollektiv zu sein aber bisher ist das ganze idiot idiot army ding eher enttäuschend diese ganze welt berühmte cyber bedrohung scheint in erster linie daraus zu bestehen mit typen in anonymisierten skins in möglichst schäbigen holräumen herum zu hängen die meisten sind meme basiert da ist zum beispiel der kerl oder vielleicht sind es mehrere dessen skin diese reaktion der unglaublichen taube holo nachempfunden ist ein paar typen laufen da wortwörtlich als kapok bäume herum okay ich habe einen eingefragt was der nächste große kuh wird ich hatte sogar vorschläge verursachen kampfroboter von unternehmen hacken mal ehrlich und er nannte mich ein scheiß typen also ich als ob ich blablabla okay okay ich glaube ich habe den höchsten tun entdeckt so 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 ja du hast bisschen was bekommen allein das andere also das war beides zusammen wahrscheinlich gerechtigkeit ist jede verdammung wert möge die urmutter uns vergeben wie komme ich da hoch mit den lagern lief es gut und jetzt zum metallring seine hohen welle schützen den feind wir müssen dort hinauf wenn wir entdeckt werden unter beschuss ich habe eine andere idee ihre basis hat eine schwäche schickt mich alleine vor dann nutze ich sie aus wenn ich es schaffe weiß ich ein so großes loch in diese mauern dass der komplette kriegstrupp einstürmen kann das klingt nicht schlecht solange ich mit dir kommen eine kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche einsatzbereitschaft ich will nicht mit dem gehen geht jetzt wir warten auf euer signal er wird wahrscheinlich auch nichts machen folge ja na gut habe ich jetzt halt ein babysitter du hast einen plan oder du bist mir doch sogar in die ruinen gefolgt ich dachte du vertraust mir ja doch aber woher weißt du dass ihre basis eine schwäche hat geduld wahl du wirst es gleich sehen was soll was soll was soll Das ist ja eigentlich auch cool als Multiplayer, also zu zweit. Dann könnte man hier auch ganz einfach hoch. Bis mir zu langsam. Oh, hallo? Bist du den da rechts? Äh, wer ist rechts? Bist du bereit? Uh, synchron. Nice. Okay, na gut, das war schon schön. Ich übernehme den Linken. Tust du das? Hierher, sie kommt! Tja, das war nicht der Linke, aber ich wurde fast gesehen, also und woher wusste er das ist, äh, hier kommen. Also er hat ja gesagt, sie kommt. Gut. Noch zwei. Nimm du den Linken. Bereit? Bereit. Super. Und hier ist ein Lagerfall? Nein. Und jetzt? Ah. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Wal. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Okay. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Das ist wohl wahr. Ja. Ich dachte, ich müsste jetzt auf ihn aufpassen, aber nein. Nein. Ich will den noch nicht angreifen. Mal, wenn der sich dann in diesem Moment umdreht. Wenn ich hier schauen, wo der hingeht. Okay. Geh. Geh. Oh Gott. Das ist, äh, 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 das ein bisschen komisch, die, die hängt sich da manchmal auf. Geh. Oh Gott. Leise. Einen von uns hat's vielleicht erwischt. Hier liegt einer. Hm, und praktisch. Sehr praktisch. Kann halt die, die nicht, äh... Oh, wie geil das aus dem Moment. Alter, wie geil. Das sieht schon, schon krass aus. Okay, gut. Ähm... Ich vermisse es, die Gegner zu markieren. Ähm... Aber das ist... Vielleicht ist das dunkel? Na, das ist doch... Ah, gut. Jetzt muss ich warten, bis der sich wieder umdreht. Ich muss nur richtig auf die Luke zielen und schießen. Da ist ein Gebüsch. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Gebüsch komme. Oh, Gebüsch, 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 Schnell, Schnell, Schnell. Für später. Gut, dann wollen wir mal. 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 Oh. Gut, dann wollen wir mal. Ich liebe das Geräusch. Sie sind wie... Gut, dann wollen wir mal. Das hat mich ein bisschen... Gar nicht erschreckt. Und? Und? Gut, dann wollen wir mal. 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 Ach komm. Ah, da ist es gut. Gut. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, Tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja. Denkt daran. Die Hinteren sind ein bisschen grün. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben. Wie die Ruinen. Gut, dann loote ich mal das Ganze. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wir, die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Ja, und das wären wir. Das erinnert mich, also dieser Pfeil, dieses Geräusch vom Pfeil, erinnert mich ein bisschen an... Mehr kann ich nicht tragen. Mehr kann ich nicht tragen. An Star Wars. Die Bomben von The Slave, also von Boba Fett oder Jango Fett. Also, am Anfang war es ja das Schiff von Jango und dann kam der Boba. Aber, ja, das erinnert mich ein bisschen dran. Wee, brrrr. Da war bestimmt ein, äh, ein Fan von Star Wars dabei. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. So, begibt dich zum Karcher-Grenzfrohr. Okay, okay. Also, es gibt hier so viel zu looten. Kein Platz. Okay, ja, dann... Gut, gut. Oh ja, hat doch alles ganz, ganz nice geklappt hier. Oioioi, oioioi, wir sind ja viele gestrahlt. Okay. Okay, gut, jetzt aber. Äh, wollen die noch was mit mir quatschen? Wo sind denn die da, sind die? Oh. Das war jetzt, äh, netter. Nö. Ja, ich hätte mich auch auf einen Kaffee einladen können. Gibt es da eigentlich Kaffee? Ich glaube nicht. Woher sollen die Kaffeebohnen bekommen? Oh. Ey, so ein persönliches Protokoll. Äh, die anderen aus der, äh, Forschungsgemeinschaft für, äh, Paranormales bleibt stur. Das kommt nicht überraschend. Ich wusste, dass meine Theorien als radikaler Abfall vom Glauben verstehen. Was? Vom Glauben verstanden. Radikaler Abfall vom Glauben. Ähm, okay. Äh, ver... Äh, sorry, ich, äh, hab's gerade nicht geschickt. Ähm, verstanden werden würden. Aber wie auch immer, der Tag wird kommen. Und zwar bald, an denen die Forschungsabteilungen für paranormale Phänomene je einfache Tatsache akzeptieren muss, dass virtuelle Orte ebenso leicht von den Geistern der rastlosen Toten besetzt werden können wie physikalische Orte. Äh, okay. Jetzt sage ich das mit den Glauben. Ähm, das ist nicht nur Spekulation. Ich war es, der den kreischenden Geist gesehen hat, der zwischen den Diskussionsräumen der internationalen Bündnisses, äh, der Stickfreunde, Strickfreunde des internationalen Bündnisses der Strickfreunde herumschwebt. Ich war es, der voll erschreckend das leise verrückte Flüstern gehört hat, ähm, das sich unter den die 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 äh, äh, klangteppich, ähm, von Coplination, äh, gemischt hat. Wie gespenstische, äh, äh, vertriebene, Entschuldigung, wie gespenstische verbliebene, blieben die Geister der Toten aus unserem Reich in die Holo-Landschaft. Und ich werde den Grund dafür herausfinden. Hm. Hm, 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 hm. Hm, etwas Vorrat. Also an, an sich, äh, glaube ich an paranormale Sachen. So, ähm, naja, das, das, äh, klingt immer so, so, äh, paranormal ist so negativ behaftet. Aber ich, ich denke, dass es noch sehr, sehr viel gibt, was, äh, die Forschung halt nicht erklären kann. Und, ähm, also sei es jetzt von irgendwelchen, äh, ganz genau, äh, irgendwie von, 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 so, hier waren wir schon. An irgendwelchen Wundern, die irgendwie passieren und, äh, was weiß ich, also, ähm, da war ich ja auch bei ein paar dabei. Ähm, ähm, so, dementsprechend, ähm, glaube ich, dass, das ist auf jeden Fall, äh, so, solche paranormalen Sachen gibt. Ähm, 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 sehr nützlich. Aber, ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, wo bin ich denn jetzt gerade? Äh, jemand da hin. Warte, habe ich irgendwelche Questzenzenzen? Achso, Teiltraffer, Jagdgebiet, äh, verdommene Zone. Da habe ich alles abgeschlossen, Hauptquest, Aufträge, Lager, Jagdgebiete, Tutorials. Ja, momentan habe ich, äh, nur die Hauptquest. Am nächsten Mal, ähm, lalalala, lalalala, ich hab vier, vier Skillpunkte. Ah, und ich sag immer so, ja, wenn ich, äh, Let's Blaize oder, ähm, Streamer-Zuschauer und dir, die ganze Zeit, äh, das irgendwie nicht checken, dass sie hier noch Skillpunkte haben, das ist das ist so macht einen scheiß kill endlich ja und jetzt bin ich selber derjenige der das nicht macht reitmaschine repartieren das ist süß maschinen reparatur und noch mal also das kann ich ziemlich krass machen okay schnitz experiment reitmaschine rufen entschuldigung lockt das ist natürlich auch cool kampfüberbrückung verlängert die zeit einer maschine überbrückt zu sein um 50 prozent länger die überbrückung von maschinen auf unbegrenzte zeit das ist das ist das ist gut und dann reitmaschine rufen also reitmaschine rufen würde ich sehr sehr gerne relativ bald machen dann kritischer treffer natürlich beim cnr um alle bogenwaffen eine um bei allen bogenwaffen eine zusätzlichen pfeile anzulegen ach so dann dann okay dann schießt ich zwei das ist auch cool um drei pfeile alter das ist natürlich heftig schwerer schwerangriff für verursachen mehr schaden wenn wir niedrige dinge haben schwerer schwerangriff schlagen die nieder das ist natürlich auch cool starker schlag 30 prozent mehr schaden bei schlagangriff ausweichtalent unauffällig ich glaube ich mache das da möchte schlagen wahrscheinlich ja rüstung ab ok gut dann würde ich sagen danke fürs zuschauen haben wir haben jetzt schon wieder 30 minuten bis zum nächsten mal und schaut mal beim stream vorbei link in der video beschreibung Faith ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020